Ja, hallo Freunde von Dr. Bott. Es ist Sonntagmorgen 9.47 Uhr. Ja, ja, ganz schön früh. Ja, nachdem ich komischerweise heute Morgen sehr, sehr früh aufgewacht bin, ja, habe ich mir gedacht, nutze ich doch mal die Zeit, um einfach mal wieder angeln zu fahren. Die Gelegenheit ist günstig, das Wetter hält sich noch, noch ist es trocken. Es soll ja bald wieder anfangen zu regnen heute, irgendwann. Ja, das kann mir dann aber egal sein, denn habe ich es ja schon probiert. Ja, was will ich heute machen? Ich will heute mal wieder mit dem Gummifisch los und dem Köderfisch. Das heißt, ich werde eine altbekannte Stelle aufsuchen. Nein, nicht die Schwebepferde Rendsburg diesmal, sondern werde ich mich in Meckelmoor mal wieder niederlassen. Das erste Mal dieses Jahr. Schauen wir mal, was da kommt. Gut, ist ja eigentlich eine ganz gute Stelle. Ich habe da schon ein paar schöne Fische fangen können. Ich würde sagen, das sehen wir dann. Und alles Gute und bis bald, euer Dr. Bot. Und wie immer, wenn ich was fangen sollte, ein paar zwei. Bis dann. Bis dann. Bis dann.